Zwei Damen der Gesellschaft sind in der Wiener Staatsoper, schauen sich einen wunderbaren Abend an. Der Star des Abends, der Tenor, steht auf der Bühne, singt in einem sehr hautengen Höschen eine Arie. Die eine Dame ist begeistert und sagt, der hat ein wunderbares Organ, sagt der andere, ja, und singen kann er auch. Der Star des Abends, der Tenor, steht auf der Bühne, singt in einem sehr hautengen Höschen, sagt der andere, ja, und singt in einem sehr hautengen Höschen.